Woll Leute, was geht ab? Heute geht es um das BWL Attunement, das könnt ihr jetzt schon machen. Das heißt, die Vorquest, die ist eigentlich verdammt easy. Die meisten von euch kennen das schon, aber die, die es noch nicht kennen, ihr könnt die jetzt starten. Also ihr könnt die schon die ganze Zeit eigentlich starten. Deswegen, lasst uns keine Zeit verlieren und eintauchen. Um die Vorquest zu erledigen, hier steht vor UBRS, LBRS, da müsst ihr vorm Eingang rechts laufen. Dann die erste gleich links und hier steht schon der Rüstmeister. Der lässt was fallen, also das heißt, ihr müsst ihr platt machen, den schafft ihr auch easy. Also der ist wirklich nicht schwer und der lässt diese Blackhands Befehle fallen. Quest annehmen und dann müsst ihr UBRS gehen, den Endboss platt machen. Und hinter dem Endboss, vielleicht ist es schon euch aufgefallen, ist so ein Orb. Den müsst ihr dann looten, also draufklicken und dann habt ihr im Endeffekt die Quest schon fertig und ihr seid berechtigt, BWL zu gehen. Das war es auch schon. Es gibt noch ein kleiner Schmankerl, ihr wisst ja, UBRS ist ja, also nicht UBRS, sondern BWL ist in UBRS drinnen. Um euch Zeit zu sparen, gibt es einen Port, aber nur wenn ihr die Quest gemacht habt. Beim Eingang von UBRS geht ihr nach rechts und komplett hinter, also vorbei am Rüstmeister, komplett hinten durch. Und dann seht ihr diesen Orb und diesen könnt ihr benutzen. Und ihr müsst nicht komplett UBRS laufen, sondern habt da einen Port. Das war es mit dem Video, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Eine kleine Info für euch, es wird bald ein Stream geben von mir. Also ich will jetzt öfters streamen, was heißt öfters? Ich habe noch gar nicht gestreamt, deswegen ich will jetzt damit anfangen. Am Anfang ein bisschen weniger, es wird mit der Zeit dann mehr werden, aber es geht bald los. Ich werde euch im Community-Bereich informieren bei YouTube. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mal kurz vorbeischaut, wie wir uns ein bisschen austauschen können, was auch immer Spaß haben können. Also ich gebe euch rechtfertig Bescheid. Bis zum nächsten Video, bis dann. Bis zum nächsten Video.